lieben woski ich bin's wieder euer benni hier im start mit einer weiteren folge sie versuch was liegt da an ich würde sagen flügende ja vorweg möchte ich erstmal sagen ab jetzt kommt auch wieder ich weiß nicht ob ich heute abend schon scharf aber spätestens sonntag abend kommt auf jeden fall wieder live stream ich denke mal ets 2 die die woche über keine live stream jetzt diese woche eigentlich wollte ich schon anfangen aber ich hatte viel zu tun arbeitmäßig und dann war ich auch kaputt wo ich zu hause war deswegen kein live stream ja okay ihr könnt das verstehen so gesund bin ich auf jeden fall wieder so dann wollen wir mal gas geben was an die karriere weiter geht's wollen wir noch ein bisschen was schaffen hier ja ich bin mir die fliegen richtig glücklich ich bin mir die fliegen richtig glücklich Ich glaube so normalerweise fliegen, ich glaube da würde die Schare abbrechen, so schräg es fliegt. Und Leute, was passiert ist noch am Wochenende, ich bin nachher später beim Bekannten, muss da erstmal einen Kühlschrank von der einen Straße zur anderen Straße fahren. Und später bin ich dann bei der Bekannten im Garten weiter den Zaun. Ich denke mal wir kriegen das meiste vom Zaun fertig. Ich denke wir können auf jeden Fall eine ganze Menge Spann schon. Abends gehe ich noch zum Kollegen. Mal schauen was da noch ist. Wieder zu stark gezogen, ich hoch hier zwischen dem Bein noch ein bisschen Schicha. Hier habe ich noch mein Gewicht. Aber ich will hier richtig schön mit großen Fahrzeugen und fette Maschinen, viel PS, wirklich hier Gas geben. Weil nämlich das Ding ist, die Karte ist so riesengroß, das ist echt so eine große Landschaft. Da hättest du viel mit großen Maschinen und bist auch schnell dabei. Oh, ich bin trocken. Ja, ich will erstmal schön ringsherum fahren, damit ich genug Platz habe, damit man dann nächst werde ich den hoch und runter fahren. Ich glaube normalerweise machen wir das so, dass man erst das in der Mitte macht und dann die Enden. Guck mal. Guck mal, wer flügt. Guck mal ganz gut. Guck mal ganz gut. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Ich könnte mal in die Kommentare schreiben, was ich für große Schlepper was ihr wieder empfehlen könnt, die ich nach und nach kaufen soll. Ich würde mich auch mal interessieren, was wir so nach den Vorstellungen haben, was ich da fahren soll. Ja, für die Bodenschlepper ist das echt schon eng hier. Ich weiß gar nicht, gibt es für den LS eigentlich so einen komischen Loop, der Stefan hat ja auch so einen komischen Loop, haben sie sowas gefunden. So, wir müssen ja echt mal gucken, ob man da so welche Folie hier auch reinziehen kann. Dann kann man das ja auch eventuell mit dem Optisch gleich aus dem Schafflug machen. Oder was haltet ihr davon? Habt ihr überhaupt schon mal bei Stefan auf dem Kanal geguckt? Ich gucke jedes Video von denen. Das ist sehr informativ, interessant, was er so macht. Und so, finde ich echt cool. Oh, ich freue mich schon auf den neunzehn. Aber ich bin noch am überlegen, ich wollte ja die Collectors Edition kaufen. Und wieder schön zu mir. Auch ein schöner Fahrmixemulator mit Cesar rein. Finde ich richtig neus. Ähm, ja, ich muss mal gucken, ob ich die Steam Version kaufe. Oder die... Normalerweise die CD-Laufwege möchte ich eigentlich hier abschaffen. Muss ich mal gucken, wie ich das mache. Aber es läuft, glaube ich, darin auch hinaus, dass ich die Collectors Edition geholt. Und ich werde nur im Kreis holen. Und ich versuch manyти, weil wed ... ich muss mal da rausgehen, ja cleaning hat die An Pil disciplesца in vender. sondern nicht einfach immer und wenn den ... ich konnte nichtть, o Transport�를 machen wenn man das mitnehmen. Und ich versuche das Essen an, Feuer frei. Naja, und Sonntag mach ich eigentlich nix. Mit chillen. Wann nicht anfangen Sonntag zu spielen? Vielleicht mach ich auch ein leeres Flüss. Wir haben auch den Tag verteilt heute. Noch zu sicher mach ich muss da auch mal weiter. Ja, unvollkommen. Aber ich krieg das auf jeden Fall noch. Auf jeden Fall, ab nächster Woche. So, wie das denn gemäßig. Wie Screambeeren. Das ist auch ein bisschen weniger Arbeit. Ich hab schon nachgefragt. Deswegen. Kriegen wir ja alles hin. Weißt schauen. Ist doch nicht leicht. Mängen wir morgenient. Hey, 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 hyall. Hey, 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 dohra, ra, 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 ra... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oder ich werde das dann zum Mediamarkt schicken, also probestellen und das ist mir das bei Mediamarkt, wenn ich viel in der Fiala abhole, weil ich bin da in der Nähe jeden Tag. Das macht doch gut, ich bin zufrieden. Ich darf ja hören sich auch glücklich an. So, naja, kriegen die auch mit wenigstens automatisch Wasser, das finde ich, wenn du gerade, wenn du viele Tiere hast, oder auch wenn du den Season-Bot jetzt drin hast, dann ist das optimal, da brauchst du nicht jedes Mal mit dem Fass da hinfahren, um das zu füllen, dann finde ich das so schon ganz cool. Ich finde, das sind echt voll große Felge, wenn ich jetzt geflügt habe, dann muss ich da noch einen fighten. aber fliegen notwendig habe ich auch in der einstellung auch aktiviert ja fliegen notwendig und dreifach dünnern gut muss man ja inzwischen noch mal gucken den haben die echt gut also für die jungs die den programmiert haben super leistung auch wenn du innen anguckst wie die teile und so der johnny ja 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 So schnell will ich die Füße hochheben. So heben. Zack. Aber ich denke mal in dieser Folge kriege ich das noch nicht fertig. Wahrscheinlich erst in der nächsten Folge. Aber naja. Die Zeit kommt Bord ne. Bogen wurde auch nicht an Eintracht geboten. Ich bin überlegen aber ich will nochmal Flugsempelator holen. Ich halte die davon. Moment. Ich bin gleich wieder da. Ich hab kurz die Tür aufgemacht. Ich muss den Kollegen noch guten Tag sagen. Und dann bin ich aufüberführen. Ich hab kurz die Tür. Ich liebe die Tür. Ich bin ganz schön dran. Ich bin ganz schön dran. Und jetzt noch ein bisschen. Wie gut klappt es denn? Ich bin ganz schön dran. Das ist ein Bild, oder? und dann war es auch schon wieder für diese folge ich hoffe das video hat euch soweit gefallen wenn ihr noch kein abo da gelassen lasst doch gerne ein abo da würde mich freuen wenn ihr noch keins da gelassen haben und aktiviert natürlich auch die glocke damit ihr jedes mal benachtet wer ein neues video stream jetzt wird auch auf den kanal kommen in diesem sinne würde ich sagen sehen wir uns in der nächsten folge wieder euer benny auf den kanal hamburgets player